Lande im Rennen und in der Gesamtwertung vor deinem Teamkollegen. Die Fahrer-WM ist entschieden. Heute geht es für die Fahrer vor allem darum, vor dem Teamkollegen zu landen. Besonders spannend wird es im Team Lotus, wo Raikönnen nur einen Punkt Vorsprung auf den Teamkollegen hat. Kimi startet heute von Platz 8. Ein guter Start ist also sehr wichtig. Du musst Kimi nicht nur überholen, sondern auch mindestens den ersten Platz belegen, um in der Tabelle vor ihm zu stehen. Die Fahrer-WM ist wichtig. Beende das Rennen auf dieser Position, dann stehst du in der Tabelle vor Kimi. Die Fahrer-WM ist wichtig. Die Fahrer-WM ist wichtig. Noch drei Runden. Schönes Überholmanöver. Gut gemacht. Die Fahrer-WM ist wichtig. Die Fahrer-WM ist wichtig. Noch zwei Runden, noch zwei Runden bis zum Rennende. Noch zwei Runden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du befindest dich in der letzten Runde. Seifen, Sprit und Temperaturen sind gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hochspannung bis zum Schluss. Ray Können hat im letzten Rennen der Saison den Vorsprung auf seinen Teamkollegen eingebüßt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020